Der Mensch verfügt über einen meist unbeachteten Sinn, den Sinn für sich selbst, die Propriozeption. Wir merken es nicht, doch dieser Sinn informiert uns permanent über die relative Position unserer Gliedmaßen. So können wir Treppen steigen, ohne jeden einzelnen Schritt bewusst zu steuern, oder kontrolliert ausweichen, wenn etwas Unvorhergesehenes geschieht. Zahlreiche Rezeptoren im Körper übermitteln dem Gehirn permanent Informationen über die aktuelle Lage im Raum. Detektiert werden Muskelspannung und Länge, Gelenkstellung und Bewegungsrichtung. Die Muskelspindeln erfassen zum Beispiel die Dehnung der Muskeln, die Golgi-Sehnenorgane, deren Spannung. Über das Rückenmark gelangen die Signale dieser Rezeptoren unter anderem ins Kleinhirn und den somatosensorischen Kortex des Großhirns. Werden die propriozeptiven Nervenbahnen zerstört, zum Beispiel durch eine Infektion, sind koordinierte Bewegungen kaum noch möglich.